Es ist amtlich, gegen Außenministerin Baerbock wurde jetzt offiziell Strafanzeige wegen illegaler Schleusung gestellt und darauf stehen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Alle Details inklusive der Originalstrafanzeige gibt es in diesem Video, doch bevor wir loslegen noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Kommt gerne in meinen neuen Telegram-Kanal, dort gibt es nämlich meine Videos für mal als allererstes und außerdem noch exklusive Details und Videos von mir, der Link ist in der Beschreibung unter dem Video. Und jetzt geht's los mit dem aktuellen Thema, viel Spaß! Im Oktober letzten Jahres hat der Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser gemeinsam das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan angekündigt und damit wollten Baerbock und Faeser jeden Monat 1000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland bringen. Und im Laufe des aktuellen Jahres ist aber aufgeflogen, dass auch kriminelle und gefährliche Personen über dieses Programm nach Deutschland kommen und sogar Menschen mit gefälschten Daten und fälschten Pässen. Aber der Oberhammer war dann wirklich, dass durch das Außenministerium die Botschaft trotzdem angewiesen wurde, sogar diese Menschen mit nachweislich gefälschten Pässen in unser Land einreisen zu lassen. Und das ist natürlich höchst kriminell und das Aufnahmeprogramm wurde dann im März diesen Jahres komplett ausgesetzt, als diese kriminalen Machenschaften durch viele Zeitungen veröffentlicht wurden. Und ein prominentes Beispiel war ja der angebliche Afghanis Mohammed G. Mit seinem gefälschten Pass kannst du später gerne mal googeln. Aufgeflogen war das Ganze aber damals durch einen ehemaligen Ministeriumsmitarbeiter. Wahrscheinlich hatte der einfach die Schnauze voll. Und danach begannen dann die ganzen Untersuchungen der Strafbehörde gegen das Außenministerium und das Innenministerium. Aber so richtig wurde vorerst nichts gefunden. Also ging das Aufnahmeprogramm Ende Juni wieder los. Die Neue Zirische Zeitung schrieb, Nach Verdacht auf Missbrauch durch Islamisten. Das Aufnahmeprogramm für Afghanen läuft wieder. Drei Monate hat das Programm pausiert, mit dem mordlich 1000 Afghanen nach Deutschland kommen sollten. Die Befürchtung, Islamisten und Kriminelle könnten auf Wege nach Deutschland einreisen. Hat die Regierung die Sicherheitsrisiken jetzt im Griff? Fragezeichen. Tja, und nachdem die Neue Zirische Zeitung diesen Artikel veröffentlicht hatte und klar wurde, dass dieses illegale Schleusen von Ausländern keine Folgen für das Ministerium hat, ist dann wirklich einem Bundespolizisten die Hutschnur geplatzt. Und er hat dann persönliche Strafanzeige gegen Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser gestellt. Schauen wir uns diese Strafanzeige im Detail mal an. Und natürlich will dieser Polizist anonym bleiben, aber er sagte, ich darf ihn als Polizeibeamter im Ruhestand mit jahrelanger Erfahrung bei der Bundespolizei zitieren. Also hier sehen wir jetzt die Strafanzeige und der Name um links ist natürlich geschwärzt. Und das Ganze geht an den leitenden Oberstaatsanwalt in Berlin und seine Strafanzeige gegen Bundesinnenministerin Faeser und Bundesaußenministerin Baerbock. Und die beiden Minister werden wegen dringenden Tatverdachts der Schleusung nach § 96 Aufenthaltssatz angezeigt, weil sie mutmaßlich wiederholt und zugunsten mehrerer Ausländer, deren illegale Einreise in die Bundesrepublik Deutschland bewerkstelligen ließen und oder lassen wollten. Bereits der Versuch steigt strafbar. Und außerdem wird noch erwähnt, dass die Behördenmitarbeiter der Minister ebenfalls zu illegalen Taten angeschriftet worden sind. Also es geht hier quasi um Schleusung, um Anstiftung und um Rechtsbeugung. Und das sind natürlich sehr, sehr harte Anschuldigungen. Und wie gesagt, steht darauf bis zu zehn Jahre Gefängnis. Und all diese Vorwürfe kamen ja auch schon in der alten Strafanzeige vor, doch damals noch nicht gezielt gegen Baerbock und Faeser. Und deswegen muss man sich fragen, wieso hat dieser Polizist als Antragsteller jetzt plötzlich direkt gegen Baerbock und gegen Faeser diese Anzeige gestellt? Gibt es etwa neue Beweise oder neue Indizien? Der Antragsteller, der beruft sich dabei auf das Sitzungsprotokoll der 96. Sitzung des Bundestages vom 19. April 2023, wo es eine ausführliche Frage und Befragung von Baerbock gab. Und das Ganze ist übrigens öffentlich einsehbar und nachlesbar. Der AfD-Abgeordnete Peter Büstum stellte am Baerbock folgende Frage. Sie haben nach dem Scheitern der Militärmission in Afghanistan die Parole ausgegeben, so viele Afghanen wie möglich nach Deutschland zu holen. Das machen sie mit Flügen, es sind zigtausende. Jetzt kommt es sogar dazu, dass ihr Ministerium das mittels illegaler Mittel macht. Wir haben den Beweis. Wir haben hier eine E-Mail aus ihrem Amt Referat 509 an die Botschaft in Islamabad, in der explizit dazu aufgefordert wird, auch bei gefälschten afghanischen Pässen Visa zu erteilen. Ist das ihre Politik? Machen sie das absichtlich oder machen das die Beamten, ohne dass sie das wissen und sie haben überhaupt keinen Überblick dafür, was in ihrem Hause passiert? Tja, und jetzt kommt die entlarvende Antwort von Baerbock. Sie sagt als erstes mal, wir beteiligen uns an nichts, was nicht legal wäre. Wir stehen dafür, dass wir nicht nur die Rechtmäßigkeit von internationalen Agieren immer wieder deutlich ansprechen, sondern dass wir unsere eigene Rechtsordnung hier in Deutschland verteidigen, wenn sie von außen angegriffen werden, sei es direkt oder indirekt. Boah, was für ein Blabla-Satz. Dann gibt es noch so etwas wie eine Verantwortung als Ministerin und als Politikerin. Wir können aus meiner Sicht hier nicht hinstellen, sagen, wie falsch es war, dass wir Menschen nicht rausholen konnten. Dafür haben wir eine Enquete-Kommission und einen Untersuchungsausschuss mit Blick auf die Situation Afghanistan und dann sagen, und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Deswegen habe ich mir in meinem Amt mit meinen Mitarbeitern genauso wie der Innenminister den Kopf darüber zerbrochen, wie wir in einer Situation, wo ein autoritäres Regime ist falsch, ein terroristisches Regime wie Taliban, sind eine Bevölkerung terrorisiert, dafür sorgen können, dass wir Menschen rausholen, auch wenn alles abgeriegelt wird und mit dem Pakistan die Vereinbarung getroffen, dass Menschen über die Grenzen kommen können, auch wenn sie keine Pässe hätten. Denn Pässe werden dort nicht ausgestellt. Deswegen haben wir dafür gesorgt, dass insbesondere Frauen, Kinder oder auch Rechtsanwälte schnellstmöglich aus Pakistan rauskommen. Dann haben wir den Hinweis bekommen, dass es zu Fälschungen kommen könnte. Daraufhin haben wir das Auswärtige Amt zusammen mit der Aufnahmeprogramm unverzüglich gestoppt. Also, meine lieben Zuschauer, an dieser Stelle wird es wirklich sehr, sehr delikat. Als erstes sagt Baerbock natürlich, dass sie nichts Illegales tut. Danach sagt sie aber, dass sie eine besondere moralische Verantwortung als Ministerin und als Politik hat, um Menschen vor einem terroristischen Regime zu retten. Sie sagt, dass sie sogar Menschen ohne Pässe rübergeholt hat. Und am Ende gibt sie sogar zu, dass sie und ihr Ministerien von gefälschten Pässen wussten. Und jetzt muss man natürlich nur noch eins und eins zusammenzählen. Baerbock gibt also im Bundestag offiziell zu, dass sie von den gefälschten Pässen selber wusste. Und der AfD-Mann Peter Brissom hat ja eine E-Mail von Baerbocks Amt vorliegen, in der explizit dazu aufgefordert wird, auch bei gefälschten afghanischen Pässen Visa zu erteilen. Tja, und das Erteilen von Visan für gefälschte Pässe ist natürlich strafbar gemäß dem Menschenschleusen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man Frau Baerbock direkt dafür dranbekommen kann. Ich meine, ich bin jetzt zwar kein Anwalt und auch kein Rechtsexperte, aber selbst wenn Frau Baerbock diese Anweisung nicht selber gegeben hat, aber davon wusste, da müsste sie ja zumindest als Mittäter angeklagt und verurteilt werden. Und sie sagt ja, wir wussten das im Ministerium, also muss sie auch sagen können, wen sie mit wir meint und alle, die dort müssen mit verurteilt werden. Und zumindest ist das jetzt mal meine Sicht als Laie im Rechtsbereich auf die ganze Sache. Und eventuell kann ja auch mal ein Anwalt im Kommentarbereich sich dazu äußern und was schreiben. Und eins noch, auf die Frage des AfD-Mannes für die Verantwortlichkeit hat Baerbock zwar nicht direkt geantwortet, aber sie hat sehr ausweichend reagiert und immer wieder in der Ich- und in der Wir-Form gesprochen. Und glaubt mir, meine lieben Zuschauer, wenn das wirklich von Baerbock selbst kam, dann wird das auch rauskommen. Weil irgendwer war das ja. Diese E-Mail liegt ja als Beweis vor. Irgendjemand hat diese Anweisung gegeben. Und mit dieser erneuten Strafanzeige wird das Ganze herauskommen, wer das Ganze gemacht hat. Und wenn es dann ein Mitarbeiter der Behörde war und er die Anweisungen von Baerbock direkt hatte, dann wird er sicherlich nicht seinen eigenen Kopf für Baerbock hinhalten, sondern die Frau verpetzen. Tja, und dann wird Frau Baerbock selber im Knast landen. Also, ich bin jetzt wirklich mal sehr, sehr gespannt, was bei dieser Strafanzeige von Baerbock herauskommt. Ich habe ja den direkten Kontakt zu den Polizisten und ich werde euch dann immer auf dem Laufenden halten. Als allererstes natürlich immer auf meinem Telegram-Kanal. Und deswegen nochmal die kleine Erinnerung an den Link in der Beschreibung unter dem Video. Ich habe ja den Link in der Beschreibung unter dem Video.